Heyo Leute, CryMix hier, was geht, David Paul Berger? Wir werden heute gemeinsam auf Videos mit einem unerwarteten Ende reagieren. Leute, lasst natürlich immer ein Like und ein Abo da und let's go mit dem Video. Okay, ich bin gespannt. Oh mein Gott, er hat den anderen Hops genommen. Okay, das war echt ein unerwartetes Ende. Ich glaube, ihr wisst jetzt heute, was uns erwarten wird, Leute. Let's go mit dem Video. Okay, das hätte ich echt nicht gedacht. Ich dachte eher, der Typ fällt hin. Aber er hat es sogar geschafft, dass seine Kontrahenten hinfallen. Okay, er sagt, er muss das zweimal schauen, um es zu verstehen. LOL. Ich habe erst mal gar nicht gecheckt, dass es ein See ist, wo er reinspringt. Krass. Das war echt krass, habe ich nicht gedacht. Ich dachte, es wäre der Himmel. Oh mein Gott, er kann nichts machen. Er kann nichts machen. Wenn er wegzieht, fällt er hin. Ey, das ist echt ein mieser Prank. Ganz, ganz mieser Prank. Okay, Leute. Nur Zuschauer 18 Plus verstehen. Oh. Okay, das war echt unerwartet. Vielleicht ein bisschen steil für einen Picknick Spot, aber... Die Arme, ey, die Arme. Das war einfach zu steil, Bro. Das war einfach zu steil. Ich hab' den Hasen Tricks beigebracht. Hab' ich noch nie gesehen. Wusste ich gar nicht, dass man Hasen sowas beibringen kann. Er hat absolut Spaß. Trying to prove, that not all strong men are dumb. Er zieht immer das Falsche weg, oh man, das war echt, macht er natürlich als Parodie. Okay, so eine Schlafcouch zum Ausziehen. If you don't need them, throw them away. Hey babe, the kids won't eat these brown bananas. Throw them out. Why? Mommy doesn't love you. What the f- He was got red-handed. Not until the end. So schlecht. Oh, hi. Hi. So, something really funny is about to happen. Um, you know Lucas . I've heard of him. Yeah, he's making me ding-dong get you in it anyway, otherwise I have to walk home. You're not? So can I just pretend to bring it and then run? How about we just looking better? Okay. How about you ding-dong get you to it and then you start running? See it is. Oh Jesus. Just go now. Just go. Just go. Go! What are you doing? Editing out the man in the playground. Abyselte emineş baştan. Snake eyes or dice to y'all. Shoulders or ice to y'all. A6R the hay. I won't get a ball today. Got lost in the ball and a's. I'm flipping the bars. I'm flipping the, flipping the, flipping the, flipping the. All wreck it. All wreck it. All wreck it. I still count wins when I got it. Oh, crazy. Die ganz wilden Photoshop-Skills. All wreck it. All wreck it. All wreck it. All wreck it. I still want to act, not the ghost. Just wait for it. Oh, ha, ha, ha. Oh, my God. What the fuck are you doing? Our pregnancy can change your life. Oh, man, hey. Ey, das sind wirklich diese ganz anderen Clips. Like my name, number, address. There are two types of people in the world. Confess one lie that you've told your dad. Uh. Too shy. Yeah, that I found $20 on the street. Where did those $20 come from? Maybe his drawer. Wow. Confess one lie that you've told your father. Okay. The first girl I kissed with Susie in second grade. But she's your sister. He didn't. Ha, alter. Okay. Das war echt unerwart. I don't know what to do. Das war ehrenlos, dude. Okay. Der andere zieht auch straight durch. Ha, 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 ha. Erstmal salutieren, wenn du gar nicht mehr weißt. Ist einfach salutiert. Nein. Nein. Ich kack auf. Ahaha. 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 Sorry for the bad quality, but you really need to hear this conversation. Let's spare me. It's my wife. Unfortunately she's recently passed away. Also, der Sitz, der neben denen frei ist, ist von seiner Frau, die leider vor kurzem gestorben ist. Sie hat kein Spiel verpasst. Er hat sonst niemanden, den er mitnimmt. Oh mein Gott, das war ehrenlos. Er meinte sogar, nee, die sind alle auf der Beerdigung. Also von der Frau, die gestorben ist. Das Ballons sind nicht smart. Just a girl enjoying the summer. Now this is evil genius. Boah, der Ehrenlose, er haut das ganze Wasser weg. Der Ehrenlose. Wie kann man denn so ehrenlos sein? Will this way to destroy? Who wanna see a magic trick? Entweder da war eine zweite Katze drin, oder... Oder da ist irgendwie schwarzes Pulver oder so drin gewesen. Auch mit Toaster aufgenommen, die Werbung. Das war echt eine gute... Das ist eine geile Werbung. Der Hund, einfach schlauer als alle anderen Hunde. Das war's gewesen Leute, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis dahin haut rein Leute, euer Crymax. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.